Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. So, und ja, damit wären wir dann hier bei Watch Dogs. Und, ähm, vorab, ich habe einen Grafik-Mod installiert. Kann man vielleicht erkennen. Vielleicht. Und, ja, mit dem spielen wir dann erstmal, weil er schön ist. Vielleicht packe ich ihn auch in die Beschreibung. Mal gucken. Der macht zum Beispiel auch, dass da hinten alles verschwommen ist. Außer man guckt jetzt direkt zum Beispiel da das Schild an. Ist das ein Schild? Ja, das ist ein Schild. Und, ja, ich finde es schön. Ist auf jeden Fall geil. Und, ja, das ist ein Schild. Okay. Warte, wo gehen wir mal hin? Wir gehen mal, wir gehen mal, wir gehen mal, wir gehen mal hierhin. Und, übrigens, ich benutze gerade ein neues Render-Programm. Und, halt, neues Schnitt-Programm. Und, äh, besser gesagt, neues Bearbeitungs-Programm. Zum Bearbeiten der Videos. Ähm, und dann, zwar gerade nur eine Testversion, aber ich werde es mir auch holen. Wenn ich es mir hole, ja, weil es recht gut ist und ich mit dem einen, mit einem anderen, wo ich gekauft habe, äh, nur Probleme habe. Sehr, da nur Probleme. Äh, ja. Und, das ist schon eine Testversion, um einiges besser. Viel besser. Oh. Lass mal daneben. Oh. Also, stimmt hier, jetzt müssen wir hierhin. Stimmt hier, in Abbott Island. Mission Start. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Okay. Wartet mal. Hast du Tobias gefunden? Appel. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara. Es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich seh dich da. Okay. Ich hab mir grad'n Kaugummi in den Mund gesteckt. Sorry. Dafür. Aber ich hatte grad' Lust drauf. Lens Flair. Ich hoffe, man hört's nie. Ansonsten tu ich ihn mal wieder raus. Ach, ich tu ihn mal wieder raus. Okay. Was kommen wir da? Ist das eine Tür, die wir hacken können? Nö! Ist das eine Tür wo wir einfach durchgehen? Nö! Okay... manual tool... Aktivieren, wir müssen das aktivieren mit Viren, wieso steht hier ein Auto? Wieso steht hier ein Motorrad, eh ne da ist ein Mudd-Cross, da gibt es Unterschiede! Also, ich steht im Motorrad. Ja. Hm. Was? Was? Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen und meinen USB-Stick befinden? Hast du alle sechs Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt dran. So, die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte. Das war's, ja. Okay. Hä? Wie komme ich da hoch? Ich bin gerade unwissend. Ah, das bin ich öfters. Ich gehe mal kurz auf den Konti. Äh, ja. Ich habe gesagt, ich gehe mal kurz auf den Container. Äh. Könnte ich vielleicht da oben hin? Wie war das Haus da? Irgendwo hier hinten vielleicht. Aha. Da haben wir es ja. Okay. Wir wissen schon mal, wie wir hochkommen. Wenn wir jetzt noch an die Leiter gehen. Hier kommen wir nicht so einfach durch. Wieso nicht? Wieso nicht? Ähm, Kamera. Wie kann die eigentlich gehen, wenn der Stromloch erst aktiviert werden muss? Zumindest dachte ich, dass der Strom ist. Jeder muss dachten, wenn was explodiert. Das ist ja auch ein Lift. Cool. Ähm. Ähm. Kommen wir da durch? Oh, ja. Okay, dann können wir mich kaputt machen. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumenwulme so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst deinen Hebel und der Boden fällt in eine geheimen Basis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich fuhre weiter. Die spoilert uns wahrscheinlich gerade voll den Weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Manche nennen das Hilfe, manche nennen das Spoiler. Und zwar nicht das Hilfe, aber... Ja. So. Komm runter. Danke. Wo jetzt? Wo jetzt? Wo jetzt? Wo jetzt? Wo jetzt? Ähm. Und, ähm. Oh! Puh. Komm ich hier wieder. Oh. Ja. Gut. Gute Sache. Gute Sache. Gute Sache. Gute Sache. Und ist das? Das ist so. Na klar. Was denn sonst? Ist ja keine Kamera. Ja. What the f... Ähm. 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 Da ging was schief. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumenrollen so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst dein Leben und der Boden fällt in eine geheim Basis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. So. Jetzt nochmal Y. Ach. Daneben können wir noch gucken. Da. Was? Ich hab doch... Ich hab zwar noch überhaupt nichts gemacht, aber okay. Wenn das Spiel denkt, ich hätte es gehackt. Dann danke. Spiel. Dass du das denkst. Wo muss ich hin? Achso. Hier irgendwo. Ach da unten. Ach da unten. Oha. Oha. Und Sturm an. Hi. Kommt, spring doch. Danke. Danke. Du hättest mich jetzt echt enttäuscht, wenn du nicht drüber gesprungen wärst. Aiden. Boah. 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 Irgendwie kann da nicht so gut Schloch rüberspringen. Das sollte mir jetzt mal in den Kopf kommen. Zumindest sollte ich mir das mal merken. Und... Ich fahre lieber mit dem Auto hin. Boah. Boah. Die Generatoren sind da hinten. Ich hecke das Tor. Na ja, fahr so... Bäh! Oh, Kamera. Ah, Kamera. Ah, Kamera. Ah. Okay. So. Da oben irgendwo. Da kommen wir doch am besten über diesen Dreh. Ja, der sieht schon so einladend aus. Gut, dass er auch da rüber fährt. So. Das ging leicht. Schalten Sie den, ja. Betreten Sie den Bunker. Ich hab's. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgehe. Warte auf mich. Und irgendwie hab ich irgen... Lust irgendwann mal ein Video oder ein ganzes LP auf Englisch zu machen. Wieso sind wir jetzt hier drin? Hä? Wo bin ich? Wo? Was? Okay. Okay. Wir sind... Da. Strom aus. Siehst du? Ich habe recht. Dadsack wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Hilf mir, sie online zu kriegen. Schalten Sie den Strom in den Bunker auf. Okay. Wir schalten jetzt den Strom an. Müssen wir da ein Minispiel spielen? Ach nee, okay. Oh, Kalis! Blumen hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch... Entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspielen? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns ja ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stand. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Es ist nur eine Spur, mehr nicht. Ach, wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freement-Bezack. Hm. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick rein haben. Wo kommst du von hier aus ran? Nein. Wir sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Ist das jetzt unser Hauptquartier? Ja. Wenn natürlich. Oh. Oh. Anscheinend ja. Okay. Was ist da? Achso, da kommen wir wieder raus. Wir skinnen uns erst mal ein bisschen auf. Mal gucken, worin. Hm. Fokusbus. Nee. Ah, okay. Ah, machen wir das. Ja. Okay. Hm. Dann wende ich hier auch schon den Part. Tschüss und bis zum nächsten Mal.